Okay, die greifen immer Juri Torban an, aber der hat jetzt zum Glück erstmal alle Waffen weggelegt. Nimmt der jetzt hier eine Waffe? Ne, rennt da jetzt ein bisschen hin und her, als sprengt sich selber. Okay, da ist erstmal Ruhe. Das Fenster ist da drüben. Gucken wir hier noch rein, jawoll, sauber. Gut, dann du auch hier Richtung Ruhe. So, du kannst dann auch mal hier alle Bewegungspunkte einsetzen. Zack. Panzer. Du kannst auch hier rein. Zack. Du kannst dann nämlich nächste Runde da weitermachen. So, du wartest mal noch. Du wirst ja auch nochmal schnell mitgucken. Da ist alles sauber. Dann gehst du da hinten gucken. Dann machen wir das nächste Runde. Gut, den einen, den du siehst, ist hier unser Kollege, der zum Glück noch lebt. Ja, aber jetzt keine Waffen mehr dabei haben dürfte. Darum erstmal ungefährlich ist. Okay, alles sauber. Warum ist sie da nicht so viel schwarz? Ach, ich hätte schon alles angeguckt. Ach nee. Da unten hatte der Panzer rein geguckt, aber nicht hier oben. Was ist sie, warte hier? Nein! Nein! Oh! Scheiße! Oh, ich dachte, jetzt habe ich mich verklickt, ey. Oh, das geht, läuft da oben, aber auch hakelig im dritten Stock. So, der wird immer noch von Außerirdischen kontrolliert, das ist nicht gut. Aber schon gar nicht mehr so viele zu sein. Das geht jetzt schon relativ schnell. Okay, warten. Du wartest auch mal noch. Ja, du kannst mir nicht wirklich viel tun, außer hier den Gang überwachen. Und ich muss da hin. Ich schaust hier mal runter. Da haben wir bloß einen Außerirdischen Antrieb, alles klar. Und dann geht es hier lang weiter. Auch da haben wir nur einen Antrieb. Dann kommst du auch in diese Richtung weiter. Du siehst einen, ach hier, das ist unser Kollege. Hoffentlich nimmt der, schnappt der sich keine Waffe. Okay, hier ist auch Ruhe. War ich denn hier oben drinnen? Ne, war ich nicht. Da solltest du mal noch schnell hingucken. Na, warte, warte, warte. Hier, du nimmst bitte den Rest und läufst noch weiter. Okay, nächster. Ja, du solltest jetzt hier nochmal rumgucken. Gut, sauber. Dann kommst du hier ab zum Raumschiff. Helfen. So, du kommst auch hier rein. Kommst du da noch rein? Auch mit hier. Noch einen hoch. Hier hatten wir schon, ja. Dann los, wir kommen Richtung Raumschiff. Hansa, du bleibst da. Du bleibst da auch noch eine Runde. Da brauchen wir erst noch ein paar mehr Leute da oben. Okay, Ruhe ist in Panik ausgebrochen. Das ist gut. Den haben wir ja vielleicht bald wieder. Okay, alles gut. So, ja, Panzer. Du blockierst da weiter. So, Juri ist in Panik ausgebrochen. Ist aber noch gesund. Zeug liegt da unten rum. Das ist ganz gut. Da kannst du keinen Schaden anrichten. So, was mach ich mit dir? Da hinten rum, oder? Ne, hier. Und hoch mit dir. Guck mal noch. Zwei haben wir hier schon. So, du guckst da mal rein. Okay, das Zimmer ist sauber. Ich hasse, dass das hier oben so hakelig läuft. Aber ich kann halt nicht mehr Rechenleistung da noch zuordnen. Ich bin schon bei 100% und mehr geht halt hier nicht. Hey, du wartest da. Du kommst einen runter. Und bitte nimm alle Bewegungspunkte. Die auch. Ich öffne den Blick vor die Tür. Okay. Dann kommen wir wieder rein. Warte mal, mit dir müsste ich eigentlich nach unten gehen. So, jetzt kannst du da nächste Runde rausgucken. So, dann schauen wir mal. Oh, jetzt greifen sie immer an. Ja toll, Juri wird schon wieder von Außerirdischen kontrolliert. Auf mich kommen sie nicht auf die Idee, die Waffe wieder hochzunehmen. Und René ist in Panik ausgebrochen. Das ist natürlich auch Mist. Warte mal noch. Warte mal noch. Du bist gerade in Panik. Mit dir kann ich nichts anfangen. Aha. 21, 22, 35, 24. Die 5% mehr ist es mir wert. Ich schieße mal mit der Plasmus. 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 Aber du musst doch treffen, bitte. Das... ... いや... Alter, der hatte eine dicke Kanone bei, wa? So, dann gehst du da wieder raus. Wir haben einen erledigt, das war gut. So, dann musst du mal gucken, ob du wen siehst. Da ist nischt. Da ist auch nischt, dann wartest du mal kurz. Ich hätte hier unten rausgehen sollen. Warten wir noch. So, wo gehe ich mit dir jetzt lang? Da bin ich mir sinnvoll da oben rum, ne? So, aber da rein, erst nächste Runde. Du kommst mal hoch. Du kommst mal nochmal hoch. Dann stellst du dich mal erst von da hin. Warten. Achso, das ist hier unser Kollege. Das ist kein Gegner, der weiß bloß nicht, dass er gerade bei uns... äh, der hat vergessen, dass er eigentlich zu uns hier wird. Hoch mit dir. Noch mal hoch mit dir. So, nee, du bleibst da. So, nee, du bleibst da. Mal. Und dich drehe ich einmal um in die Richtung gucken. Zack. So. Panzer, du kannst da oben eh nichts machen. Und du kommst mal hoch mit dir. Da unten, da könnte auch noch einer drin sein, ne? So, dann schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall haben wir wieder einen weggeschossen, nämlich die mit der dicken Kanone da oben. Aber es kommen immer noch welche rum. Und die greifen immer die beiden an. Das war einmal Yuri. Muss ich mir mal aufschreiben. Den muss ich dann leider entlassen. Und René. Ich hab mir leider die Nachnamen jetzt nicht gemerkt. Aber ist egal. Ah, der hat ganz wenig Willenskraft bloß noch. Das ist nicht gut. Den müssen wir leider nach Hause schicken. Wir brauchen Leute, die mental stärker sind. Ähm. So. Dann fangen wir mit dir mal an. Kommen wir hier in den Gang rein. Schau mal da hoch. Alles sauber. Schau mal da runter. Na nü. Ach guck an. Da haben wir so einen feinen Kerl. Das war nichts. Der sieht besser aus. Ja. So. Da haben wir noch eine Tür. Hm. Warten wir noch. Wenn wir dich mal hier runter stellen. So. Komm du mal nochmal hier raus. Schau mal nochmal in die Richtung. Okay. Sieht gut aus. Ich hab kaum noch Energie. Warum eigentlich? So. Da oben kommt der hinterher. Ne. Dann könntest du dich eigentlich hier mal Richtung diese Tür orientieren. hin. Du schaust mal da hin. Okay. Dann gehst du hier mal rein. Und wie wir sehen. Wir besprechen uns. Das Raum ist leer. Ähm. So. Warte mal. Du könntest hier bitte noch alle Zeiteinheiten nutzen. Und zumindest bis hier an die Ecke noch gehen. Jawoll. So. Du bleibst da stehen. Du kannst eh nichts machen. Hab ich denn da hinten unten schon geguckt? Hab ich nicht. Ja. Los. Maria. Dann übernimmst du das. Hansa. Du bleibst da stehen. Ohne beendet. So. Wollen wir mal gucken. Wir haben wieder ihn weggewandert. Aha. Juri Torban. Und Gaudin. Torban und René Gaudin. So. So. Mit dir kann ich nichts anfangen. Mit dir kann ich was anfangen. Du wirst erstmal da unten gucken. Okay. Alles sauber. So. Nächste Runde kommst du da rein. Du musst da leider wieder stehen bleiben und kannst nichts machen. So. Dann. Fangen wir mit dir mal an. Komm mal da zur Tür. 57 Punkte. Geh mal rein. Ein leerer Raum. Ein leerer Raum. So. Dann komm du mal hier hinten zur Ecke. Schau in die Richtung. Okay. Und stell dich hier vor die Tür. Und du. Jetzt bitte alle Bewegungspunkte. Und stellst dich dann auch mal damit hin. So. Ihr beide geht dann da in den Raum rein. So. Was können wir dann noch machen? Wir müssen da hinten noch einen rumschicken. Ne. Warte mal. Wir nehmen erstmal ihn hier. Du schaust mal hier rein. Okay. Alles sauber. Okay. Alles sauber. Kommst du mal da bis zur Ecke. So. Und du. Du gehst mal bitte hier rum. Genau deshalb. Ich hab das geahnt. Das ist da hinten. Inner uns umläuft. Und die trifft ihn. sehr gut. Sehr gut. Juri Romanov. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann kommst du da mit hin. Und du dorthin. Zack. So. Panzer. Du bleibst da stehen. Oh. Das war's. Wir haben einen verloren. Aber 200 Illyrium. Das war natürlich ja auch geil. X kommt wieder bei der Getötete ein. Und jede Menge Zeug gewonnen. Und alles heiler. So. Das ist natürlich ja nicht genügend Ausrüstung für die Truppe. So. Leider fliegt er jetzt wieder nach Hause. Wir gehen das mal zum Verkaufen hier. Schweres Plasma. Aber richtig eingesammelt. Brauchgranate. Bla bla bla. Sektuin hier. Ich hasse diese Kackviecher. Ich halt gegen diese Psy-Kräfte habe ich halt noch nichts was ich da machen kann. Jede Menge Legierung. Flughanzug. Äh. Und äh. Weg damit. So. Dann lassen wir jetzt erstmal hier unser Raumschiff zurückkehren. Achten dabei so lange auf den hier. Das war ja auch ein Kampfflieger. Und äh. 45 Minuten gerade. So. Jetzt ist der weg. Gott sei Dank. Ich hoffe der machte uns jetzt nicht allzu viel Minuspunkte. Oh ja. Wissenschaftler. So. Das heißt. Hier. Bitte. Hier geht mal alle noch mit in die Forschung. Okay. So. Dann möchte ich gern Raumschiff ausrüsten. Achso. Ich wollte mich gerade aufregen. Wo sind denn meine Abfangjäger? So. Wem wollten wir? Juri. Torban. Wie ist bitte raus? Und äh. René Gaudin. Zack. So. Und dann nehmen wir erstmal den hier mit rein. Und den hier mit rein. Und den hier mit rein. Dann gehen wir in Rüstung. Du kriegst leider keine Rüstung mehr. Juri. Du kriegst auch keine Rüstung mehr. Die anderen haben alle Fluganzugaben. So. Dann gehen wir verkaufen. Juri. Ich muss dich leider entlassen. Und René. Ich muss dich leider auch entlassen. Weg mit euch. So. Dafür kaufe ich dann. wieder zwei Soldaten. Ach ne. Drei. Einen hatte ich ja verloren. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Ähm. Hat ganz einfach damit zu tun. Ja. Wir werden später noch diese Psi-Dinger ein bisschen erforscht kriegen. Warte mal. Laserabwehr. Hauptlager. Die Frage ist bei euch hier oben. Was kann ich denn hier noch Schönes bauen? Ich könnte noch ein... Warte mal. Wollte ich nicht irgendwo noch eine Werkstatt bauen? Ach. Die wird schon gebaut. Auch eine zweite Laserabwehr? Ach. Sicher ist sicher. Zur Not können wir sie immer noch wieder abreißen. So. Forschung abgeschlossen. Treiberautopsie. Das Geschöpf wurde durch chirurgische Eingriffe stark verändert. Den Kern des Körpers scheint ein Lebenserhaltungssystem zu bilden, das die Funktion von Herz, Lunge und Verdauungstrakt übernimmt. Dadurch kann das Wesen in einer äußerst feindseligen Umwelt überleben. Das Gehirn ist kleiner als unseres, doch die Sinnesorgane sind gut entwickelt. Das waren die Treiber. So. Was können wir dann machen? Dann machen wir diesen hier. Dann machen wir diese Leute. Und wir wollen das Wasser scheuf zu machen. Aber wir wollen den Super-Armsieren haben. Dann sehen wir die schauen. Das ist jetzt ein bisschen. Hier haben wir den Besuch. Sperr. das hart, jedoch erstaunlich empfindlich gegenüber Sprengstoffen. Das Gehirn ist gut entwickelt und die Wachstumsrate der Zellen sehr hoch. Das Wesen trägt 20 Eier bei sich, die es in anderen Organismen ablegt. Diese Kreaturen sind eine tödliche Terrorwaffe. Genau. So, dann weiter geht's. Hier haben wir noch den Toten Schnitter, den gucken wir uns noch an. Lieber 100 Wissenschaftler Fingern jetzt an einzelnen Toten Schnitter rum. Na ja. Groß, sehr hoch und Westen. Und sehr schnell. Na dann los. Dann flieg mal hinterher da. Das ist aber wahnsinnig schnell. Schiff ihm mal den Abfang-Miga entgegen. Ja, ich glaube, du kannst ihn wieder zurückdrehen. Dann fliegst du ihn mal ein Stück weit entgegen. Okay. Groß, niedrig, Westen. Da ist es jetzt rumgeflogen und ich habe vergessen, mein Handy lautlos zu schalten. Eigentlich wollte ich nur noch schnell hier den Monat zu Ende machen, ey. Warte mal, du kannst eigentlich hier wieder zurück nach Hause. Den Treibstoff ist jetzt eh alle. Oh, ich hasse das, ey. Diese superschnellen Viecher hier. Spur verloren. Zurück zum Stützpunkt. Warum kann der jetzt nicht hier in Asien auftauchen? Na, da könnten wir den ganz ratzfatz hier mal mit unserem Firestorm abfangen. Was ist denn das jetzt hier? Wollt ihr mich verarschen? Ach, das ist doch hier, ey. Weißt du, nur weil da eh in so ein großes Raumschiff mal gelandet ist, ey. Und sich aus dem Projekt zurückgezogen. Am Arsch. Oh, ich bin sauer, ey. Der Schnitter besitzt zwei Herzen und zwei Gehirne. Und kann daher auch noch weiter agieren, wenn er schwer verwundet ist. Die fellbedeckte Haut ist jedoch nicht leicht entflammbar. Was dieses Wesen gegenüber Brandwaffen sehr empfindlich macht. Ey, so ein Quatsch hier wieder, ey. Oh, USA ist ausgetreten. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Haufen Leben da, äh. Dann nehmen wir den hier. Sektuiden-Ingenieur. Da forschen wir den mal. Unbekannt. Super, ey. Und jetzt streichern wir den Scheiß hier. So. Bevor ich hier ja keine Folge beende, mache ich das jetzt mal. Ich werde es natürlich schneiden, weil das sind jetzt 52 Minuten. Das reicht für zwei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ahoi und tschau tschau. Änderungen, Some insight. Vielen Dank.